Ist ein Blick in Elon Musks X-Account fast so etwas wie ein Blick in seinen Kopf? Was treibt den Mann um? Es ist eine ziemlich wilde Mischung. In nur ein paar Tagen agitiert er gegen möglichen Wahlbetrug in Venezuela. Er zeigt die Ausschreitungen in England, den Protest gegen unerwünschte Einwanderungen. Immer wieder der Kampf gegen die angeblichen Lügen der angeblichen Mainstream-Medien. Und neuerdings eben auch gegen Harris und für Trump. Auch wenn der groß angekündigte Livestream aus wohl technischen Gründen nur noch eine Art Telefongespräch wurde, die beiden kamen glänzend miteinander aus. Ich denke, es ist essentiell wichtig für das Land, dass sie die Wahl gewinnen. Das ist meine Meinung. Wir haben eine tolle Konversation gerade. Kamala hätte diese Konversation nicht. Sie kann das nicht, weil sie nicht schlau ist. Sie ist keine smarte Person. Tut Musk das für Trump oder tut er es für sich selbst? Der Amerika-Experte Josef Braml schreibt gerade an einem Buch auch über die Macht von Medienmogulen in den USA. Musk ist ähnlich wie Trump, narzisstisch veranlagt. Wer seine Biografie sieht, weiß, dass es dem Mann zuallererst um ihn selber geht, seine Grandiosität auszuspielen. Er hat jetzt mit Trump seinen Herrn und Meister gefunden. Also der Lehrling Musk dient sich jetzt dem Meister an und will durch dessen Größe, ja, nicht Amerika größer machen, sondern vor allem sich selber auch. Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, Elon Musk selbst will in die Politik. Wenn er sich mit Regierungschefs trifft in Indien, in Frankreich, in der Türkei. Dass er Twitter gekauft und zu X gemacht hat, hat ihn mächtiger werden lassen, beobachtet Dennis Fries vom Düsseldorfer Institut für Internet und Demokratie. Das Beispiel von Elon Musk und X ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, welche Macht solche Plattformen entfalten können. Wir haben uns da relativ lange darauf verlassen, dass da Facebook, Twitter und Co. schon vernünftig handeln werden. Und jetzt sehen wir eben, dass ein Akteur in der Lage ist, so eine Plattform zu übernehmen und innerhalb von kürzester Zeit umzubauen. Und natürlich da die Möglichkeit hat, Themen zu setzen. Aber für Trump setzt Musk mehr ein als nur seine Meinungsmacht. Er nutzt auch das, was ihn noch stärker macht. Geld. Er rekrutiert mittlerweile auch Tausende von Mitarbeitern, Freiwilligen, die hier von Haus zu Haus gehen. Also das klassische Canvassing machen und hier massiv in den Wahlkampf eingreifen. Also es ist nicht nur der Luftkrieg über die Medien, wie man in Amerika schon sagt, sondern auch der Bodenkrieg von Haus zu Haus. Und hier ist Musk wieder mal vorne mit dabei. Ob er es so schafft, Trump wieder zur Macht zu verhelfen? Und was will er noch? Auf viele Fragen gibt es auch hier noch keine Antworten.